So Leute, willkommen zu diesem nächsten Video, warum Nuketown scheiße ist. Ähm, ja, das Ganze hat so stattgefunden, ich wollte einen Live-Kommentary machen und dann bin ich halt zufällig in Freifahle auf Nuketown gejoint. Und dann hab ich mir mal gedacht, egal, scheiß drauf, ich fiste die jetzt, aber... naja, seht selbst. So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Freifahle, äh, ich mein, Live-Kommentary, äh, was auch immer, ich muss schweilen, denn einer hat schon elf Kills und das ist Nuketown. Man, ich wollt beide haben. So, feindliche Arkane, die, na toll. In sowas schweilt man hier, ne? Was soll man machen? Wie soll man denn sowas noch gewinnen? Naja, ich versuch's trotzdem. Oh, da kommt sich vier. Alter, ich bin ja nur... Was? Er stand auf der anderen Seite im Haus. Nee, alter.